so und damit willkommen zur nächsten folge wir haben uns in der letzten folge am ende mit wie geht er als an goku fusioniert jetzt sind wir vegeto und treten wieder gegen bu an und schauen ob wir ihn diesmal besiegen können sind hier mittendrin im fight der gerade angefangen hat nein er ist echt schnell das müssen wir ihm lassen junge nervt doch nicht kann ich auch weil ich halt dem aus kamehame was das zu verletzendemt? look at you your complete mess i've got something for you i thought you were tougher than this Er ist wirklich stark. Das müssen wir ihm lassen. Er weicht auch jedes Mal aus, Alter. Gidiot. 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 This isn't fair! You're only this strong because you fused! Look who's talking. You're the one going around absorbing everything. Is this you actually trying? Gidiot. He"? Ah, I don't 시! Ah, I've got something for you. You don't get it, dude. Let me make it very easy. We got no more what we beat it. Voll reingelaufen, ne? Äh... Junge, nervt doch nicht. Kann er denn dem permanent ausweichen? Ah, geht doch. Sabu, reicht jetzt. War ein harter Feuil. Müssen wir ihm lassen. Aber nicht mit uns. Oh. In sein Matschgesicht rein. Hatsching. I'm just getting started. Oh, shit. I'm still waiting for you to take this seriously. Hm, da ist der Zöpfchen ab. Da ist der Zöpfchen ab. Alright, I'm starting to get bored, so let's go ahead and end this. I'll give you until the count of ten. Say your prayers if you've got any. One. Two. Three. Four. What are you doing? Now's your chance. Come on, you've only got one move left, when you're in this kind of position. At this rate, my only option is to absorb him, but how? Uh-huh. 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 That's it. I can use the part of me that he cut off earlier. Seven. Eight. So we've finally figured it out. It's about time. This is the whole reason I cut off that ridiculous tail thing on his head. Very good. It is not paying attention. Nine. Alright. Time to see if this is going to work. Ten. Now, bury him! I-I did it! I did it! He did it. I-I did it. I-I did it. A delay! This can't be happening! He was absorbed! It's over now! Nein, es könnte nicht sein. Huh? Doesn't das ein bisschen anders sein zu dir? Wenn er jemanden hat, nicht nur seine Macht erhöht, aber seine Appearance verändert hat. Und jetzt ist etwas anders. Er hat überhaupt nicht verändert. Was bedeutet das? Es ist möglich, Vegeta wurde von Majin-Boo verabschiedet. Well, isn't he a crafty one? Vielleicht, ja. Hey, hey, hey. Stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell. Look, something's happening. I knew it, I knew it. He went into Buu to find a way to save his friends. W-what? This can't be happening! There he is. W-what are you doing? He-he's returning to his previous forms. W-what in the world? Oh, shit. Das war's, huh? We did it! Everyone's back to normal. We need to hide them. Buu still hasn't noticed us yet. All right, I'm heading back to where Buu is. Right. I'm getting ready. We, I'm getting ready. I'm getting ready. Do you need to wait for the kill? Do you know what's going on? I can't wait for it. I'm getting ready to kill a little bit. doch das können freischalten hier aber sonst leider nicht körper geht ja noch was freischalten auch noch nicht mensch okay dann würde ich sagen schauen was kid boo zu bieten hat bist du bereit wir sind sowas von bereit die letzte schlacht vom wo oder gegenwärtig Oh, wait a sec, Vegeta. Is it just me, or is his energy increasing? It's not possible. He's reverting back. Reverting back? What do you mean? The Majin Buu that Bibidi created was evil incarnate, something even he himself couldn't control. It wasn't until the mild-mannered Grand Supreme Kai was absorbed that Bibidi could finally control him. So, what you're saying is, this little Buu now is even more of a handful than what we've been dealing with? Oh, shit. Oh, shit. What's he doing? Whoa, unbelievable. That was close. He tried to blow the whole planet to pieces. Dang that little bastard. Hey, Buu! Go ahead and destroy the planet if you want. But you'll have to go through us first. Yeah. Dieser kleine Scheiße. I can knock that thing back. The others. Petita, over here. I'm gonna get us all out of here. Yeah, grab onto me. Hey! It's no use. We're not gonna make it. I can't use instant transmission fast enough. Hey! Tja, Vegeta. Keine Chance. Der Planet is done. Well done! You made it! Yeah, we did. But Gohan and the others. And Earth. K-Kakarot! What the hell have you done? Why did you bring these fools instead? W-What about Earth? It's gone, I'm afraid. Nothing but space debris now. Guys! Uh... Uh... Earth... G-Gone? Haha! What are you talking about? We're standing on it! Wait! Yeah! I know what's going on! This is all a dream! Haha! Yeah! It's just a dream! Dammit, Kakarot! Gohan and the others are all dead because you decided to save this dumbass instead! And now Earth and everyone on it can't be brought back! The Dragon Balls, the only safety net we had, are gone! What? Dragon Balls? Why in the world were there Dragon Balls on Earth? Those are forbidden, powerful objects entrusted to only the Namekians. No one else should possess them! That's right! If we head to New Namek, the new Grand Elders should be able to give us access to the new Dragon Balls there! We can't do it! We can break back Earth and all those killed by Boo! With Planet Namek back! I should be able to teleport between here and other planets with no problem! Alright! Now we're talking! Take a look! Majin Boo is returning to his original shape! Oh no! Er hat überlebt! Na sicher hat er überlebt! Was auch sonst? Give your Patara to Goku and Vegeta! They should be able to beat him if they fuse again! Right! Nah, we don't need those! Huh? Yeah! That type of fusion technique really isn't for us! I want to fight him on my own anyway! Besides, he's not relying on anyone else's power anymore! That's what I like to hear, Kakarot! You're finally talking like a Saiyan! Huh? 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 I can't believe this! He saw my instant transmission before and copied it! Well whatever! That saves us some trouble. We'll just end this here then! Get out of here! Find some far away planet and take everyone with you! A-Ok. Right then. I guess we don't have much of a choice! Hey no mind to this world of ours! Go all out and show that monster what for! Das werden wir tun. Geh das, Boo! Hey, du schlau! Oh, du kleine... Bist du mit mir schlau? Und so schlau es. Die finalen Kampf. Die, die zu den Tod des Unions. Hier geht's. Man, das ist wirklich ein Kugball. Wigel, wigel, wigel. Jetzt meine Genki-Dama, Junge. Oder auch nicht? Ja, der nervt aber auch. Junge! Ich hoffe, du sch... passt. So, jetzt aber... Die wird er fressen. Oh, ja. Geht doch, Alter. Die alte Nervenliese. Soll wieder pennen gehen. So ein Ding ist das nämlich. Ich weiß nicht. Kackarot. Hm. Ich weiß nicht. Und das aus Worten von Vegeta. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und das aus Worten von Vegeta, aus dem Mund von Vegeta, so. Ja, ich versuche, aber ich kann nicht. Ich brauche noch ein Minutes, um meine Energie zu schaden, wenn ich ihn verletze. Ein Minutes, Hom. Ich werde ihn auf einen Minutes halten. Ich brauche dich und schade deine Kraft. Ich brauche diesen ganzen Minutes, du kennst. Ich brauche dich und mach es! Ja, ich habe es. Let's go! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! They disappear! From this world AND other world! You cease to exist! Don't die on me, Vegeta! Hmph. Mind your own business. Alright! Let's go! Let's go! Let's go! Ha! 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 So nicht, Alter. Den wirst du fressen. Finish. Oh, nice. Wichtig und richtig. Ah, dammit. Ich habe noch nicht genug Energie. Ich brauche mehr, um zu schützen. BOOOOOO! Ich kann nicht mehr so weit weg sein, aber ich lasse das weitergehen. Der Great Mr. Satan, Welt's Martial Arts Champion, wird dich in deinem Platz. Was denn jetzt los, hm? Oh, shit. Der Dickaboo. What in the world is going on? The larger Majin Boo developed a strong friendship with Mr. Satan. That Boo must have objected to harming Mr. Satan, and prevented the attack. Well, that explains why he spit him out then. But to be honest, losing that Satan fellow in this fight wouldn't really change things. Indeed. I hate you, you bully Satan! Boo! Ja! Das ist nicht gut. Scheiße. Man, das tut. Das war viel einfacher als ich bin. Ich glaube, es ist sicher zu sagen, Super Saiyan 3 wirklich verwendet all deine Kraft. Wenn du hier bist... Es sieht aus, dass wir komplett verabschieden sind. Ich kann nichts mehr tun hier tun. Supreme Guys, Dende, kannst du sehen, was hier passiert, kannst du? Kannst du mich hören? Wenn du kannst, dann antworten mir schon! Was ist das jetzt? Ja, wir können dich hören. Gut! Ich brauche dich auf die neue Planet Namek, und sofort holen die Dragon Balls! Uh, aber warum... Quit die Stammerung und mach es! Wir haben nicht viel Zeit! Okay! Vegeta, was bist du? Es ist ein bisschen früh für uns die Dragon Balls. Kakarot, wie viele Mal hast du die Erde und ihre Leute geschaut? Was ist das so? Ist das so? Oh mein! Oh mein! Du gräst uns mit deinem Präsenz, Supreme Kai! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind vollständig aware der Situation. Komm, lass uns hurry! Oh mein Gott! 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 Ich habe zwei Worte für euch. Erstens, ein wichtiges Worte. Dann, ein wichtiges Worte. Dann, ein wichtiges Worte. Dann, ein wichtiger Worte. Das sind die zwei Worte. Should I make the wishes now? What about the third wish? The third wish doesn't matter! You've got to hurry! Vegeta, about that second wish. It'd probably be easier to just bring back everyone killed by Boo, don't you think? If we ask for that, Babidi and Dabura will be brought back too! Plus all the people I killed at the World Tournament Arena wouldn't be brought back. That's right. Well done. One person from the dead at a time. Haha, that is no longer a concern. After the incident with Frieza, I took the liberty of powering up Purunga's wish-granting abilities. That is nice. Really? So we could bring back as many people as we want? Never mind, everything's okay! Good. Now, make the wishes! Takarapato Pupurunga Pupirito Paro!